Die Ghibli Elektrotechnik AG ist ein Unternehmen im Grossraum Zürich. Uns gibt es aber auch noch im Kanton Aargau, in der Innerschweiz und in Ostdeutschland in Dresden. Wir sind ein Unternehmen mit ungefähr 300 Mitarbeitenden, davon haben wir 60 Lernende. Unsere Hauptdienstleistungen sind vor allem in der Elektroinstallation, in der Telekommunikation und IT, in der Gebäudetechnik und in der Industrieautomation. Die Ghibli Elektrotechnik AG steht ein für Bescheidenheit, für den Menschen, für unseren Kunden und vor allem für einen guten Umgang mit den Ressourcen. Unser Trumpf ist, wir sind eine Familiengesellschaft. Dadurch können wir sehr schnell handeln und auch entscheiden. Unsere Stammkundschaft dreht uns schon seit 71 Jahren über die dritte Generation einweg. Unseres Kapital sind die Mitarbeit. Das heisst, die Ois-Kundentwicklung vor der Gewinnmaximierung. Unsere Arbeit auf der Baustelle umfasst die komplette Elektrotechnik. Das heisst vom Licht, über Kommunikation, über Gebäudeautomation bis hin natürlich auch zur Wartung und zur Inbetriebnahme von den Projekten. Wir bieten einen Kundendienst an in einer grossen Region, 365 Tage, 24 Stunden. Unsere Leute sind sehr schnell in einer kurzen Zeit bei Ihnen und lösen Ihre Elektroprobleme. Untertitelung des ZDF, 2020 Drucksache20515 Wasne, 2020